Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit gut 13 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Heute ist Magda zu Gast. Mit 14 entwickelte Magda eine Magersucht und fing an, ziemlich zwanghaft Sport zu betreiben. Trotz Therapie wurde aus der Magersucht eine bulimische Essstörung, die viele Jahre anhielt. Heute erzählt uns Magda, was ihr dabei geholfen hat, die Essstörung zu überwinden und Sport wieder aus Freude und im Einklang mit ihrem Körper zu betreiben, statt gegen ihren Körper zu kämpfen. Habt viel Freude beim Anhören! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Mutmachgespräche. Heute habe ich zwei Gäste, aber nur eine wird sprechen. Schauen wir mal. Mir sitzt nämlich die Magda gegenüber auf einem Gymnastikball mit Baby in der Trage. Ich schmachte und bin wahrscheinlich ab und zu ein bisschen abgelenkt. Also wenn ihr im Hintergrund heute süße Babygeräusche hört, wisst ihr gleich, was los ist. Herzlich willkommen, beziehungsweise eigentlich kann ich sagen, herzlich willkommen für mich. Ich sitze nämlich bei dir in der Wohnung. Danke, dass ich da sein darf und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du herkommst und ich nirgendwo hinfahren brauche. Das macht es für mich sehr viel leichter. Ist immer einfacher mit Baby, ne? Genau. Ja, schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass wir so schnell loslegen können. Aber wird auch nicht einfacher, wenn er größer ist, der Spatz, ne? Gut, cool. Magst du dich erst mal vorstellen, bitte? Ja, also ich heiße Magda und ich wohne in der Pampa und deshalb bist du hierher gekommen. Ich bin Yoga-Lehrerin für den Bereich, oder für die Yoga Richtung Astanga-Yoga und gebe Massagen, Thai-Massagen, nicht klassisch wie die Bling-Bling-Stationen, die man irgendwo in der Stadt sieht, sondern tatsächlich traditionelle Thai-Massagen, wo es mehr darum geht, um die Achtsamkeit der Berührung. Und ja, mehr weiß ich jetzt gerade nicht zu sagen. Du hast auch das Wichtigste schon gesagt, ihr lieben Leute, das Kaff, von dem Magda redet, ist in der Nähe von Regensburg. Also wenn ihr irgendwie in die Nähe kommt, diese Massagen sind himmlisch. Ich kriege ganz regelmäßig zu Weihnachten und oder zum Geburtstag Gutscheine, was eine hervorragende Idee ist. Siehst du, du erzählst davon, ich entspanne schon. Okay, heute geht es aber nur bedingt um Yoga, stimmt das? Auch, aber nicht nur. Genau, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich über deinen Podcast, der ja Mutmachgespräche heißt, den Menschen Mut machen kann, die zuhören. Und bin mir nicht so ganz klar, wie das stattfinden soll. Ich habe versucht, eine Struktur herauszuarbeiten, weil ich ein sehr ordnungs- und strukturliebender Mensch bin. Und gleichzeitig ist es mir nicht wirklich gelungen, was aber ja wiederum nicht so schlimm ist, weil dann hat man mehr Offenheit, was jetzt kommt oder genau, mehr Freiheit. Mehr Spielraum, genau. Die Leute, die ich anfrage für Podcastgespräche, die wollen ganz gerne immer so einen Plan. Was machen wir wann? Und wenn ihr länger zuhört, wisst ihr wahrscheinlich schon, ich stelle die Anfangsfrage. Stell dich bitte vor, was kannst du mir über dich erzählen? Was ist das Thema? Und mehr Struktur gibt es tatsächlich nicht. Wir gucken einfach, wo es uns hinführt. Soll ich verraten, dass ich dich angefragt habe? Hast du schon? Habe ich schon. Mit welchem Thema? Ja, gerne. Ich weiß gar nicht mehr, woher wir uns kennen. Wir haben zusammen studiert vor 150 Jahren. Ich habe dich damals, als du schwanger oder beziehungsweise nicht mehr schwanger warst, sondern mit der Trage, mit deinem Kind in der FH, noch damals FH genannt, im Vorlesungsraum gesehen und dachte mir, coole Frau, die kommt mit ihrem Baby in der Trage, in die Vorlesung. Und dann habe ich dich aber auch nimmer gesehen. Also das war ungefähr zwei, drei Mal, genau. Und dann hast du schon deine eigene Praxis eröffnet. Und dann sind wir uns wie begegnet. Ich weiß das tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe dir klassischen Kurs gebucht, beziehungsweise war ich bei dir in Aufstellungen als Stellvertreter und war bei der Yvonne im Yoga, war bei der quasi sehr lange, es war meine erste Yogalehrerin in Regensburg und dadurch habe ich Bezug zu deiner Praxis und war auch öfter bei Bernd zum Behandeln bei deinem Mann und habe dann verschiedene Kurse und Aufstellungen besucht bei dir, genau. Und auch Eins-zu-eins-Sitzungen mit dir gemacht. So rum ist es gelaufen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir schon zusammen studiert haben. Genau. Ja, genau. Und Nachbarn sind, waren. Dann irgendwann später. Genau. In diesem wunderschönen Kaffee, in dem wir jetzt nicht mehr wohnen. Und dann habe ich irgendwann, als ich so überlegt habe, wen hätte ich denn gern noch im Podcast an dich gedacht, weil ich ja so ein bisschen am Rande mitgekriegt habe, aber tatsächlich kenne ich deine ganze Geschichte gar nicht, dass du irgendwann mal relativ streng warst mit dir und deinem Körper. Sehr. Sehr. Und heute ein völlig anderes Bild abgibst. Und das finde ich ganz spannend, weil ich auch in der Praxis immer wieder nicht nur Frauen, aber überwiegend Frauen habe, die massiv gegen ihren Körper kämpfen. oft wirken, also leben sie ganz gesund, ernähren sich gesund, machen Sport und so, aber halt immer gegen den Körper. Und den Weg bist du auch gegangen, ne? Ja, also ich habe jetzt auch nochmal natürlich viel darüber nachgedacht, wie das alles damals war. Mit 14 bin ich in Essstörung gekommen und wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, eigentlich ist das nur eine Strategie für Kontrolle, für Aufmerksamkeit. Oder ich wusste noch nicht, was dahinter steckt, aber eigentlich, ich wusste immer, dass es etwas ist, was nicht wirklich zu mir gehört und ich möchte so schnell wie möglich wieder da raus, weil ich dann auch in Therapie ging und mich das total genervt hat, diese Gruppentherapie mit lauter, aus meiner Sicht, kranken Mädels, die da sitzen und ich mir eigentlich die Geschichten nicht anhören wollte und so schnell wie möglich wieder raus wollte. Und habe dadurch gemerkt, dass diese Strategie der Essstörung einfach für mich eine Möglichkeit war, mich ins Licht zu rücken ein bisschen, bei meiner Familie vor allem auch, denke ich, weil ansonsten habe ich mich eigentlich dafür geschämt. Ja, spannend. Verrat mal unseren HörerInnen kurz, welche Essstörung? Das war eine Magersucht, als ich dann aus der Therapie rauskam. Also das ist ja immer, ich war nicht stationär, sondern ambulant. Und als ich dann rauskam, habe ich einmal im Monat, war das noch so eine Nachsorge, ein Jahr lang quasi, besucht, auch in der Gruppe dort. Und da hat aber dann eine bulimieartige Veränderung bei mir stattgefunden, weil ich einfach, ja, man wird in diesen Therapieformen mit einem BMI entlassen, der dann zeigt, dass man nicht mehr essgestört ist, beziehungsweise ein Zielgewicht wird eben erreicht und danach wird man entlassen, wenn dieses Zielgewicht erreicht ist, was natürlich nichts mit dem eigenen Mindset zu tun hat. Also ich bin deshalb nicht wieder im Geist irgendwie klarer oder natürlich arbeiten wir da ganz viel mit handlungsorientierter Therapie und das hat sehr viel geholfen und auch bei mir letztendlich den Anstoß zur Selbstreflexion gegeben. Und gleichzeitig ist es deshalb nicht vorbei. Und dann hat es eben sehr lange, also bestimmt bis vor drei, vier Jahren, habe ich immer wieder mich übergeben oder Essanfälle gehabt. Wollte ich dich auch bitten, erklär mal noch, weil in meinem Kopf ist das so normal, du weißt auch, wovon du redest, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder ganz klar jetzt abrufen kann, was ist eine Magersucht, was ist Bulimie, worin unterscheidet es sich? Also die Magersucht, Anorexie auch bekannt, ist eine Essstörung, wo die Person sich runterhungert auf ein Minimum des Körpergewichts und vermeidet jegliche Essens, ja, Zunahme von Essen im Prinzip oder Einnahme von Essen. Es ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber das ist so ein kurzer Überblick. Und die Bulimie ist im Prinzip das Gegenteil. Man hat auch ein verschobenes Körperbild und möchte auch nicht zunehmen, vermutlich, nur ist die Strategie Essen anstatt Hungern. Also da befriedigt man ein Bedürfnis mit ganz viel Essen. Und da gibt es auch natürlich wieder verschiedene Ausmaße, wenn es gibt viele Menschen, die dann auch mit vollen Einkaufswägen heimkommen und sich den da reinballern. Aber bei mir war es nicht so heftig. Das Merkmal ist, dass man sich danach übergibt und quasi wieder alles loswerden möchte, weil man natürlich ein schlechtes Gewissen hat und traurig ist vermutlich. Und genau, also das Gegenteil von Magersucht ist die Bulimie. Und beides sind Essstörungen. Und spannenderweise geht das eine oft das andere über. Genau, weil man eben nicht lernt oft in diesen Therapien. Also das war jetzt meine eigene Erfahrung. Ich weiß, es gibt sicherlich Therapieformen, wo das auch mit im Programm ist, wie man wieder versucht, normal zu essen. In den Therapieformen, also in der, wo ich war, musste man ja zunehmen. Das heißt, ich lernte wieder viel zu essen, damit ich wieder Gewicht gewinne. Dieses Mittelmaß, wo hört es auf, damit ich wieder ein Hungergefühl spüre und auch ein Sättigungsgefühl fühle, hat nicht stattgefunden, weil ich quasi überessen musste, damit ich zunehm'n. Also es ging rein... Hunger hinaus, genau. Ging rein um das körperliche Gewicht. Schräg. Also in meinem Kopf, damit ich wieder rauskomme aus dieser Therapie. Grundsätzlich war die Therapieform sehr gut. Da war auch aufgebaut mit... Die Therapieform war auch mit Kunsttherapie und Musiktherapie, Tanztherapie, einmal im Monat gemeinsames Kochen, Umgang mit Lebensmitteln. Also es war nicht so... Das Ziel, damit man rauskommt, war eben nur das Gewicht. Aber die Umsetzung in der Therapie hat verschiedene Formen. Das klingt wiederum ganz cool. Genau. Also es war schon... War jetzt nicht so... Nicht engstirnig. Lass uns mal noch zwei, drei Schritte zurückgehen, weil du bist schon in der Therapie. Sehr interessant ist natürlich auch, wie du da überhaupt gelandet bist. Du hast gesagt, du warst 14. Hatst du mit 14 schon, wie soll ich sagen, so pubertär den Status erreicht, wo du merkst, jetzt verwandelt sich so sehr, also schon eine Periode, schon Brustwachstum und so weiter? Ich hatte genau einmal meine Periode und mit dem Essen aufhören oder mit dem Hungern ist dann die Periode auch ausgeblieben. Und gleichzeitig habe ich auch viel Sport dann begonnen zu betreiben. Begonnen hat das Ganze mit einer ganz komischen Aussage von einer Bekannten, die meinte, okay, ich bin jetzt in dem Abschlussballalter und wenn du jetzt ein Kleid kaufst, weil das musst du jetzt kaufen, weil jetzt ist Silvester und da gibt es schöne Abendkleider und im August war der Abschlussball, dann musst du darauf achten, dass du nicht zunimmst, weil du bist jetzt 14 und da verändert sich der Körper. Und bei ihr war das so, sie hat auf einmal zugenommen und weibliche Figuren, weibliche Rundungen und Akzente quasi bekommen und dann hat sie gemeint, ja, nee, also wenn du in das Kleid noch passen willst, dann musst du jetzt echt aufpassen. Und das war bei mir so ein Auslöser, ich weiß, das ist natürlich nicht die Ursache, aber ein Auslöser dazu, dass ich darauf geachtet habe, was ich esse und auch Sport zu beginnen zu machen, weil ich habe davor Sport tatsächlich gehasst. Du? Ja, unverstellbar, aber tatsächlich, ja. Moment, ich klappe meine Kinnladen wieder hoch. Wie war dein Verhältnis zu deinem Körper als Kind, als Mädchen? Völlig unkompliziert tatsächlich, so wie ich mich erinnere, sehr leicht. Ich habe immer sehr gern viel gegessen und auch immer die größte Portion gewollt. Ich bin auch das zweite Kind von, mein Bruder ist älter und habe natürlich immer schauen müssen, dass ich nicht zu kurz komme und von daher war das natürlich auch okay, ich esse gern, ich möchte immer gern die größte Portion, ich muss jetzt nochmal mehr aufpassen und bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht zugenommen mit dem Maß, was ich gegessen habe und es war immer sehr angenehm. Es ist ungefähr so wie jetzt, wo ich stille, man kann einfach essen, aber… Schöne Phase, ne? Ja, genau, aber die, das hat mich dann einfach auch nochmal ein bisschen zurückgehalten. Und diese Bekannte war eine Erwachsene oder ähnlich alt wie du? Die war zwei Jahre älter. Okay. Genau. Hätte ich jetzt krass gefunden, wenn das irgendwie eine erwachsene Frau zu dir gesagt hätte. Nee, also die, ich meine, jeder hat ja einen Grund, warum er das sagt oder das hat ja in mir nur was ausgelöst. Also es hätte mit mir ja auch nichts machen können. Und meine Beine zum Beispiel mochte ich noch nie so richtig. Also das war immer so ein, okay, meine Beine sind viel zu kräftig für meine Waden und die passen gar nicht zu meinem Körper. Und wenn ich das möchte, dass das nicht mehr wird, dann muss ich da jetzt was ändern. Bis ich natürlich irgendwann verstanden habe, okay, jeder Mensch hat ein Skelett, das ist so. Man kann es in seiner Struktur nicht verändern. Man kann es formen, aber nicht auf einmal andere Beine sich hinwünschen. Ja, das ist irgendwie Quatsch. Vermutlich sehen auch sehr viele Menschen sehr ähnlich aus, wenn man das könnte. Mhm, das stimmt. Gruselige Vorstellung. Ja. Ach, das uniformierte Körper. Wie war in deiner Familie so der Umgang mit Körper, mit Figur, mit Aussehen? Weil ja, ich zögere, weil ich wollte sagen, gerade Mädels, das ist bei Jungs aber auch nicht groß anders. Wir reden halt heute aus der weiblichen Sicht, aber sich gerade Mädchen ja doch auch sehr an den Müttern orientieren. Also bei mir in der Familie war das eigentlich nie groß Thema, würde ich jetzt sagen. Also die waren auch sehr überrascht, dass ich das so, dass ich in eine Essstörung gerate, weil ich ihr Essen immer gern gemocht habe. Und das Körperbild war nie groß Thema, tatsächlich. Also es wurde wenig dafür gemacht, das herauszuheben. Also meine Mama ist zum Beispiel auch jemand eher, die sich gerne mal zurücknimmt oder die, die jetzt nicht im Vordergrund stehen möchte. Also die sich nicht rausputzt. Genau, die putzt sich jetzt nicht unglaublich raus. Die ist immer schön angezogen, so stimmig und es passt. Und sie ist aber auch niemand, der im Alltag sich groß Make-up aufsetzt. Weißt du, ob sie sich schön findet oder fand? Gute Frage. Ich werde sie das heute fragen. Weiß ich nicht tatsächlich. Habe ich sie nie gefragt. Weil wir das letztens wieder in irgendeinem Gruppenkurs festgestellt haben, wie faszinierend das ist. Da kann man aus Elternsicht erziehen und machen und gut zureden, wie man will. Und dann übernehmen die Kinder am Ende trotzdem das, was man vorlebt. Ja, richtig. Und dann kannst du die Töchter bestärken und so. Aber wenn du dich als Mama selber nicht schön findest, kriegen die das einfach mit. Das ist ein spannender Punkt. Unverschämterweise. Ja, unverschämt. Als ich dann auch, also, na die, die, der Hintergrund eigentlich ist ja auch wieder, also ich wollte einfach Aufmerksamkeit haben und auch zeigen, dass ich selber über etwas Kontrolle habe, was mir niemand nehmen kann. Ja. Also, diese einzige Kontrolle, die habe ich über meinen Körper und meine Eltern können da nicht eingreifen. Die können mich nicht zwingen zum Essen. Also, sie können mir nicht mehr den Mund aufhalten und mir was reinstopfen mit 14. Und das war so meine Macht, die ich auch ausgeübt habe. War dir das in dem Alter bewusst? Weil das klingt halt jetzt unheimlich reflektiert und die ganzen psychologischen Hintergründe sind schon klar und so. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also, wie ging es in der 14-jährigen Magda? Ähm, die 14-jährige Magda war einfach sehr nähebedürftig. Also, ich habe einfach sehr viel Aufmerksamkeit gesucht von meinen Eltern. Akzeptanz, Zuneigung, Liebe, was ich ja eigentlich auch bekommen habe von ihnen. Nur wahrscheinlich nicht in der Form, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich war sehr dankbar. Meine Mama hat mich dann in das, wie heißt es, Frank-Gesundheitszentrum geschleppt und ist auf mich zugekommen. Und ich war da sehr dankbar, weil von alleine hätte ich den Schritt nicht gemacht. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, sie kümmert sich jetzt um mich, sie nimmt mich damit, sie geht mit mir den Schritt, sie spricht es an. Und das war für mich sehr erleichternd. Das heißt, dein Ziel, Aufmerksamkeit zu bekommen, hast du damit erreicht? Hat funktioniert. Ganz kurz für euch, ihr Lieben, das Frauengesundheitszentrum. Das hatten wir schon mal in einer der Folgen erwähnt. Das ist in Regensburg eine Einrichtung und die haben unter anderem neben vielen anderen Angeboten die Beratungsstelle Wagnis, die sich speziell auf Essstörungen spezialisiert hat. Da gibt es Gruppen dazu, immer wieder Seminare und so, ne? Ich glaube, damals gab es das noch nicht mal. Da haben die uns einfach nur beraten, wo wir uns hinwenden können zu Therapieformen. Das war nur so eine Anlaufstelle, wo man sich mal beraten hat lassen können. Vielleicht gab es das auch schon, ich bin mir nicht sicher. Aber für uns war es eine angenehme Anlaufstelle, anstatt gleich in so einen Klinikkontext zu gehen. Und das war sehr professionell, sehr warmherzig. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Ja, sind die auch heute noch. Also für alle aus der Nähe, regional eine echte Empfehlung. Wie wurde denn das von deinem anderen Umfeld aufgenommen? Also innerhalb der Familie, hast du gesagt, hat es zum Ziel geführt? Ja. Und so in der Schule, Freundinnen? Schule war hart. Ich war in der Mädchenrealschule. Oh. Und wir waren auch echt eine große Klasse. Wir waren 32 Mädels in einer Klasse. Ne, 39. 39. Und ich wurde… 39, 14-Jährige. Yes, genau. Und wir wurden… Also ich wurde da auch gehänselt. Das war für viele, ja, die haben das natürlich beobachtet. Und ich war dann auch teilweise im Nachmittagsunterricht nicht da, weil ich in der Therapie war oder sowas. Und ich habe mich von den Lehrern gut angenommen gefühlt und ein, zwei Mädels, die waren da echt eine gute Freundin auch für mich. Und der Rest hat sich entweder nicht interessiert oder gehänselt. Und so habe ich es zumindest wahrgenommen. Genau. Das war nicht so schön in der Familie, also auch in der größeren dann Familie, wurde es einfach nicht thematisiert vor mir. Und ich habe auch Umarmungen und alles vermieden. Und lustigerweise mein bester Freundeskreis damals hat es überhaupt nicht bemerkt. Das wäre die nächste Frage gewesen, wie krass es war. Das war total abgefahren für mich, weil ich dachte mir, okay, mit dem bin ich ja eigentlich am meisten zusammen. Und ich habe einfach größere Klamotten anzogen und war Winter. Also ich war im Prinzip nur ein Jahr richtig abgemagert, sage ich jetzt mal. Und auch noch mit einem BMI, wo ich sage, es ist jetzt noch nicht die krasseste, ja… Könnte auch noch sehr dünn sein. Könnte schlimmer sein, genau. Und das war jetzt wieder der kleine Mann. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, weil die Mikros die Hintergrundgeräusche echt gut rausfiltern, aber es ist zuckersüß. Genau, auf jeden Fall, die haben das nicht bemerkt. Und das war für mich sehr frustrierend, weil das eigentlich meine besten Freunde waren und ich mich da etwas einsam gefühlt habe tatsächlich in dem Freundeskreis. Und das anzusprechen war keine Option? Das war irgendwie, wieso soll ich das jetzt ansprechen? Ich, also, ich spreche jetzt ein Problem an, was die gar nicht bemerken und was für mich selbstverständlich gewesen wäre, dass man das sieht. Und da hätte ich mich jetzt schon wieder, habe ich mir gedacht, das ist ja komisch, wenn ich das jetzt anspreche, dann komme ich mir so vor, als würde ich mich da jetzt irgendwie in den Vordergrund stellen. Erinnerst du dich, wie es dir körperlich ging? Oh, ich war fit. Du warst fit, also nicht, weil manche haben ja dann Schwindel und Übelkeit. Okay, gut, also ich habe jeden Tag auf jeden Fall geweint, das weiß ich noch, das ist mir im Kopf geblieben, dass ich irgendwann die Tage gezählt habe, wo ich nicht mehr weine. Und in diesen Weinkrämpfen wurde mir auch regelmäßig schwindelig. Ansonsten habe ich ja weiterhin Sport gemacht, also ich bin, glaube ich, fünf, sechs Mal die Woche zum Laufen, was mir dann irgendwann aber verboten wurde auch. Also das durfte ich dann nicht mehr, auch von der Klinik aus bis zu einem bestimmten BMI durfte man wieder anfangen, Sport zu machen. Und, aber man, ne, man funktioniert da so. Also der Körper hält echt relativ viel aus. Ich vergleiche es immer mit Menschen, die im Krieg überleben oder Soldaten oder so, die unglaubliche Ressourcen hervorbringen und Kräfte auf einmal, ja, erwecken. Und das geht lange. Und das geht sehr lange, richtig. Was hast du für einen Sport gemacht? Laufen, was noch? Laufen, genau. Und dann erst später habe ich, also eigentlich war es vordergrundig Laufen, genau. In der Zeit. Das war so das einfachste, effektivste. Ja. Ja, und in meinem Kopf kann man sich da auch hervorragend wegbeamen so ein bisschen. Wegbeamen oder aber auch mit sich selber messen. Ja, genau. Weil du weißt so, und heute schaffe ich nochmal einen Kilometer mehr und heute schaffe ich die Strecke in noch kürzerer Zeit. Das war das, was ich im Kopf hatte, warum ich dich angefragt habe, so diesen Kampf gegen den Körper hin zur Freundschaft. Ja. Hast du das damals schon so empfunden, dass dein Körper in einer gewissen Art und Weise ein Gegner ist? Weil das ist ja jetzt auch schon wieder sehr abstrakt formuliert. Ich habe tatsächlich mein Arbeitsbuch mitgebracht oder rausgezogen heute, weil ich da quasi so Dinge auch aufgeschrieben habe. Von damals? Ja, also das haben wir in der Therapie bekommen und wir haben da Hausaufgaben bekommen, die wir wöchentlich erledigen mussten. Wie sehe ich meinen Körper, welche Beziehung habe ich zu dem? Das hast du noch. Ja, das habe ich bis jetzt, schreibe ich da meine ganzen Reflexionen rein. Also das habe ich dann weiter benutzt in allen möglichen weiteren Persönlichkeitsentwicklungssitzungen, die ich so belegt habe. Und? Was stand drin? Wie hast du deinen Körper gesehen? Also eigentlich als etwas anderes. Also es war nicht meins. Ich habe mich davon abgegrenzt als Person. Es war nicht ich. Der Körper war nicht ich. Und das ist wiederum spannend, weil das zum Beispiel aus der yogischen Sicht ja genauso ist. Man ist nicht der Körper. Aber auch? Ja. Oder gar nicht? Also was bin ich? Diese Frage, was ich bin, stellt man sich ja auch im Buddhismus immer wieder. Und der Körper ist ja nur die Hülle, in dem das Ich lebt, was auch immer das Ich ist. Das ist die Yogasicht. Genau. Ach, spannend. Weil in meiner Sicht, ich kenne das ja auch so durch alle Weltreligionen hindurch, wo ich mich gewühlt habe, die philosophischen Richtungen und so. Und ich bin aber gelandet bei, ich bin aber auch mein Körper. Ich bin nicht nur mein Körper, aber auch. Weil dieses Pflege-den-Tempel, in dem du wohnst quasi, das funktioniert für manche und für manche halt gar nicht. Ja, ja, ja. Und das ist so, wenn ich jetzt auch die vergangenen Podcast-Gespräche mal so durchgehe, wann immer es Körperthemen waren, also auch wenn es um Krankheit ging oder um Fehlgeburten, unerfüllter Kinderwunsch und so weiter. Weil die Frauen, die da gehadert haben, die ihre Geschichten erzählt haben, die haben immer gesagt, ich bin nicht mein Körper. Ich nehme mich getrennt von dem Körper. Ich und das da. Ja, ja. Ja, es ist keine Trennung, weil im Endeffekt sind wir alle eins. Also es gehört, es ist alles miteinander verwoben und gehört zusammen. Nur, wie behandle ich meinen Körper, sodass er dienlich ist, ist die Frage. Und das ist der Knackpunkt, wo ich sage, okay, in der Magersucht oder in der Essstörung oder auch noch die Zeit danach habe ich den Körper so behandelt, dass er mir nicht dienlich ist. Und hin zu einem, okay, wenn ich ihn lasse, einfach in Ruhe lasse und mit ihm gehe und eine Symbiose entsteht, dann wird er dienlich ganz von alleine, weil er isst es ja von Grund auf. Kannst du erklären, wie du dienlich meinst? Das heißt zum Beispiel, dass die Periode ganz normal kommt und geht, so wie der Körper das in diesem Körper, in diesem Leben vorgesehen ist. Manche haben, also es ist ja ganz normal, manche Frauen haben es regelmäßig, manche nicht so. Und ich bin schon der Meinung oder ich glaube, dass der Körper das ganz natürlich angelegt hat, der physische, dass er eine Periode kommt und geht, wann es eben passt. Der passt sich an an die Umgebung. Und wenn mein Geist nicht mitspielt oder was heißt spielt, im Endeffekt ist alles im Spiel irgendwie, aber wenn wir uns unseren Geist oder unsere Gedanken so mit Liebe und mit Hingabe pflegen, dann ist der Körper ein Teamplayer und kein Gegner. Jetzt sind wir beieinander, Teamplayer. Ich habe da nochmal nachgefragt, weil dieses Dienen ist bei ganz vielen total negativ besetzt. Ja, so nach dem Motto, der Körper ist mein Werkzeug, der soll gefälligst funktionieren. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und ich weiß ja, was du meinst, dieses Miteinander, Teamplayer. Ja. Ich war da jetzt ein bisschen hartnäckig, einfach weil die Wortprägungen so unterschiedlich besetzt sind. Lass uns mal ganz kurz bei der Gegenwart bleiben. Also wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper jetzt, so ganz persönlich? Den Weg gucken wir uns gleich nochmal an. Eine Freundin oder ein Freund, würde ich sagen. Also ich gehe sehr oft mit ihm ins Gespräch und bin mir dann mehr bewusst, was er gerade braucht oder was er mir für Rückmeldung gibt. Also eigentlich erst der Körper spricht ständig mit mir und gibt mir Rückmeldung, wo habe ich jetzt wieder mir irgendwelche Gedanken zusammen geschustert, die irgendwie was machen, was ich vielleicht eigentlich gar nicht will und der Körper reagiert drauf. Das ist auch so ein, ja, mit dem, was ich auch in meiner Arbeit zu tun habe. Also was ich auch durch andere oder Klienten auch oft immer wieder bemerke und somit auch für mich verinnerliche immer mehr. Dass der Körper Rückmeldung gibt, was gerade los ist. So machst du deine Massagen auch, ne? Ja, genau. Du hörst im Prinzip einfach zu, was aus dem Körper kommt und setzt um. Genau. Habe ich es euch schon empfohlen? Und es ist spannend, weil wir haben alle die gleichen Themen. Es ist nur bei jedem zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt sind unterschiedliche Themen präsent. Das merke ich immer wieder bei der Massage und auch im Yoga. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel das klassische Funktionieren, wo wir funktionieren müssen, weil es einfach gerade wichtig ist. Entweder, weil man Kinder hat oder weil man in einer Jobsituation ist, wo gerade die volle Leistung gebraucht wird und in dem Körper, das einfach sich in den Faszien zum Beispiel speichert und einfach dann Verhärtungen da zu spüren sind. Oder alle, die nichts damit anfangen können, tut mir leid, ist nicht schlimm. Ne, tut mir nicht leid, ich bedauere es, aber ist auch total okay. energetische Blockaden wahrzunehmen. Wo fließt gerade im Yoga, kann man alles Mögliche oder es gibt ganz viele Begriffe dafür, Chi oder Prana oder was auch immer. Einfach wahrzunehmen, wo fließt gerade Kraft, Lebensenergie durch den Körper und wo ist sie blockiert. Das ist ganz oft in Gelenken oder… So ein bisschen wie wenn du so ein Böbeln im Strohhalm hast, dann kommt nicht mehr so viel durch, ne? Ja, genau. Wie entstehen aus deiner, eurer Sicht diese Energieblockaden? Gedanken, Muster, Strukturen und vor allem nicht hinhören. Mhm. Also… Jede mögliche Art von sich selber blockieren. Genau. Das Unbewusste nicht wahrnehmen können. Der Körper als Freundin, sehr schön. Wie bist du denn von dem einen Punkt zu dem anderen gekommen? Du hast schon gesagt, das war ein jahrelanger Prozess. Wir spoilern mal, es hört auch nie auf. Ne, hört nie auf. Also ich habe mir oft gedacht, jetzt bin ich, jetzt ist soweit cool, wieder ein neuer Step. Jetzt ist es vorbei mit der Essstörung oder mit der Technik. Es ist ja nur ein Instrument, ne? Also das Essen ist ja nur eine Strategie, sich irgendwas zu erfüllen. Oder den Körper zum Beispiel zu spüren. Das war dann auch bei der Bulimie dann oft so. Ich habe super, super viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht und mir da auch bewusst zum Beispiel Geld dafür weggespart. Oder mache ich immer noch, ich habe so einen Pott für Persönlichkeitsentwicklung und wenn mich was anlacht, dann mache ich das. Oder auch zwischendurch, wenn ich wieder irgendwo stehe und ich weiß, was zu tun ist, dann habe ich mittlerweile einen Pool an Techniken, die es gibt. Yoga ist natürlich mein täglicher Begleiter, also das ist so meine Base, sage ich mal. Und dann habe ich einfach ganz viel durch die Therapie. Es war tatsächlich der Anstoß und auch die Ermutigung, weil es damals auch noch sehr verpönt war, wenn man sagt, man geht zur Therapie. Heute ist das viel schöner, viel natürlicher. Ich wünsche jedem Menschen, dass er das für sich, sich traut zu machen und sich das gönnt vor allem. Klassisch, ich war bei dir, systemische Familienaufstellungen, Gesprächstherapien, Glaubenssatzarbeit, ganz viel. Überhaupt mal erst darauf kommen, welche Glaubenssätze da sind. Auch da geben wir ein paar Beispiele, weil wir wissen wieder, wovon du redest. Ja, Glaubenssätze sind Sätze, die in einem vorherrschen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel beschwere ich mich ständig, dass ich keinen Partner finde und weiß gar nicht warum. Oder dass ich immer wieder an irgendjemanden gerate, der nicht zu mir passt. Was waren die, um bei dir zu bleiben, die Glaubenssätze zu deinem Körper, über deinen Körper? Was waren da so die unbewussten Überzeugungen? Puh, bin ich mir gar nicht mehr so im Klaren. Aber um schlank, also schlank sein heißt, gemocht zu werden zum Beispiel. Das ist so, also diese Gleichsetzung. Ja, ihr könnt gleich mal gucken, bei wem das jetzt in Resonanz geht, wer da gleich bewusst oder unbewusst nickt. Zum Beispiel oder, was weiß ich noch, ja, nee, das ist eigentlich so ein ganz guter, also schlank sein heißt, Liebe bedeutet, gemocht zu werden, Aufmerksamkeit zu haben, Freunde, zugehörig zu sein, sowas. Genau, ja, und dann bin ich irgendwann auch, also ich habe ganz viel ausprobiert von Tantra bis Hypnotherapie bis, ja, alles Mögliche. Das ist, hört auch heute nicht auf, das, ich bin immer neugierig, was es alles noch so gibt. Oh, und es gibt so viele tolle Sachen. Genau. Wie hat dich denn jetzt Yoga gefunden? Weil, wenn du sagst, so mit 14 ging es los, heute kommt man um Yoga ja kaum noch drum um. Das stimmt. Aber war ja früher noch nicht so. Klassisch Reisen, beim Reisen. Hast du verraten, wie alt du bist? Jetzt bin ich 32. Beim Reisen, als ich Rückenschmerzen hatte und immer dachte, Yoga ist nichts für mich, weil es ist viel zu langweilig und da verbrenne ich keine Kalorien bei. Also brauche ich da auch nicht meine Zeit damit verschwenden. Also wie ganz viele habe ich auch begonnen. Das ist, hat dann auf einmal aber auch nach der ersten Yogastunde schon angeschlagen, dass mein Rücken wieder, ja, sich besser angefühlt hat. Und dann kam ich heim und habe beschlossen, einmal in der Woche gehe ich zu Yvonne. Und dann hat das irgendwann nicht mehr gereicht, einmal in der Woche. Und dann habe ich das intensiviert. Und nach fünf, sechs Jahren oder sogar noch länger allgemeine Yogastunden zu besuchen, habe ich irgendwann dann den Nico getroffen, meinen damaligen Lehrer. Der mich dann in Sastanga Yoga gebracht hat oder mir das gezeigt hat, die Technik einfach. Das ist ja auch nur eine Methode, weil die Grundlagen vom Yoga sind ja überall gleich. Also die, die Philosophie ist die gleiche. Das ist einfach nur die Asana-Praxis, die unterschiedlich ist. Auch da wieder nehmen wir unsere HörerInnen mit, Ashtanga-Yoga, weil ich verkrampfe, wenn ich es höre, weil in meinem Kopf, ihr seid die krassesten Nerd überhaupt. Wie kann ich mich noch verknoten? Und tatsächlich von außen drauf geguckt, in meinem Kopf, Ashtanga-Yoga und die Körper als Freundin kriege ich nicht zusammen. Das ist tatsächlich der größte Spiegel. Ganz viele verletzen sich beim Ashtanga-Yoga. Es ist eine Yoga-Richtung und die ist tatsächlich eine der körperlichsten, sage ich jetzt mal, physischsten. Also in der Asana-Praxis. Das möchte ich nochmal unterscheiden, weil Yoga im Westen ist eigentlich immer gesehen als das, was wir auf dieser Sticky-Mad-Yoga-Matte betreiben und in ein Studio gehen und uns eine Stunde holen. Dann mit vollem Glow und Glamour wieder rausgehen und denken, wir sind irgendwie erleuchtet. Und im Endeffekt ist ja Yoga eigentlich eine innere Praxis und das ist das, was man mit der Zeit, glaube ich, lernt. Also die Asana-Praxis ist das, mit dem man beginnt oft, weil das das Zugänglichste ist, eben auch über den Körper sich wahrzunehmen. Asanas sind die Haltungen, die einzelnen Übungen. Danke dir, für mich ist es so alltäglich. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob wir Leute haben, die uns zuhören, für die das nicht alltäglich ist, aber wenn doch ist ein bisschen blöd, dann müssen wir es nicht kurz erklären. Und die Asana-Yoga-Praxis ist tatsächlich für viele ein Ansporn, weil sie eben genau diese Ziele, Bein, Hintern, Kopf oder irgendwas erreichen möchten, aber das braucht Jahre. Also das wird oft nicht gezeigt und durch soziale Medien und so weiter ist das natürlich auch sehr verbreitet. Und die Asana-Yoga-Praxis ist eigentlich die individuellste aus meiner Sicht, da bin ich vielleicht auch sehr engstirnig, aber eine der individuellsten Yoga-Praktiken, wenn man auch einen Lehrer findet, der einen da unterstützt, die es gibt, weil ich nicht das nachmache, was der Lehrer vorne vorzeigt, sondern ich muss meine eigene Praxis aufbauen. Genau. Und natürlich mit einer gewissen Flexibilität, ganz oft sind das auch Tourner, Tänzer, die diese Art von Yoga gerne üben. Und für denjenigen, der einmal in der Woche übt, ist das dann wahrscheinlich sehr herausfordernd und auch schön zu sehen, wo es hingehen kann. Du bist bei Social Media ja relativ aktiv, ne? Ja. Und ihr Lieben, also aus meiner Sicht, kommt mir mal drauf an, mit wem man sich vergleicht, ne? Genau. Aber so, was ich dann sehe bei Instagram oder in deinem Status oder so, ihr Lieben, wenn euch das interessiert, da hat man einen total guten Einblick, finde ich. Eben auch, du zeigst, was körperlich so möglich ist, aber ich habe bei deinen Videos tatsächlich nie den Eindruck, dass du gegen den Körper gehst, dass du versuchst, da mehr rauszuholen, als die Freundin gerade bereit ist zu geben. Ja, also mit Magda, für jeden, den es interessiert ist, ist mein Account an Instagram oder auch Facebook und auch meine Homepage mit Magda. Ja, wir verlinken. Genau. Und ich persönlich, das war auch ein Weg, weil natürlich sich da oft, also unterer Rücken und so weiter, ich hatte ja auch Schmerzen, als ich begonnen habe mit der Stange Yoga Praxis und habe, dadurch, dass ich schon vorher viel mich mit dem Körper beschäftigt habe, dann auch relativ schnell gelernt, okay, jetzt ist Schluss, ich muss nichts übertreiben und Qualität vor Quantität so rum, dass ich mir einfach Zeit nehmen darf und auch mit der Frau, das ist einfach auch was ganz, was Wichtiges. Frau und Zyklus ist einfach so anders als zum Beispiel auch bei Männern. Ashtanga Yoga wurde für Männer konzipiert, die im Militär eingesetzt wurden. Also das ist in Indien, die haben alle sowieso eine offene Hüfte, weil die immer am Boden hocken zum Beispiel. Das ist alles, alles platte Aussagen, aber so stelle ich es mir immer vor. Und wir Westler mit unseren geschlossenen Hüften können natürlich nicht einfach einen Lotus-Sitz üben. Und dann auch noch eine Frau in ihrem Zyklus, die hat einfach Wochen, da ist der Körper geschmeidiger und an anderen Wochen ist er einfach verschlossen, weil er Ruhe braucht. Und weil man mehr nach innen geht, weil er danach ruft, nach innen zu gehen. Und viele versuchen einfach ein permanentes Level aufrechtzuerhalten, das immer gleich ist. Und da setzt halt einfach Yoga an, bewusst zu werden, was zeigt mir mein Körper in dem Moment. Gab es da für dich so einen Knackpunkt, also wo du gemerkt hast, jetzt ist bei dir, jetzt hat irgendwas geklickt, jetzt hast du es verstanden, dass du, wie soll ich das ausdrücken? Ich zögere da, weil du, jetzt wirkt es so sanft. Und du sagst ja, es ist je nach Zyklus, Tag auch, oder Phase, es hat ein unterschiedliches Timing, man muss seine Grenzen dann kennen, auch mal ruhen lassen, sich Zeit nehmen. Das ist ja das komplette Gegenteil zu der Phase vorher. Noch schneller rennen, noch weiter, noch mehr abspecken, noch eine Stunde rauszögern, bis du was isst und so. Das ist ja das krasse Gegenteil. Ja. Also gab es da so Klickmomente, wo du gemerkt hast, ah, jetzt habe ich es nicht nur verstanden, sondern begriffen. Gefühlt auch. Gefühlt. Oder war das so dieser lange Weg, den du beschreibst, so, also, weißt du, so rangerobbt, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr verstanden? Also tatsächlich, ich, im Unterbewusstsein wusste ich immer, dass es so ist. Nur war es sehr schwer für mich, das umzusetzen. Und so richtig einen Knackpunkt kann ich beschreiben, nachdem ich in Hypnotherapie-Sitzungen war, wo ich das Unterbewusstsein mit reingenommen habe und meinen jetzigen Partner, seitdem ich den kenne, habe ich überhaupt erst einen regelmäßigen Zyklus auf Knopfdruck, also, oder beziehungsweise vor der Schwangerschaft. Seit er aufgetaucht ist. Seit er da ist. Witzig. Das war für mich auch so ein, okay, Magda, jetzt ist Schluss. Hier bleibe ich. Wie lange seid ihr zusammen? Dreieinhalb Jahre. Genau. Ja, genau. Und das war für mich auch nochmal so ein Zeichen. Also, seitdem tatsächlich ist es auch für mich nochmal mehr Ruhe eingekehrt mit mir und meinem Körper. Aber davor bin ich jedes Wochenende in den Bergen gewesen oder sonst irgendwas. Ja, genau. Du machst ja nicht nur Yoga, sondern auch noch Klettern, Wandern, was noch alles. Genau. Und alles auf sehr hohem Level, nennen wir es so. Ja, es kommt immer drauf an, mit wem man es vergleicht, aber genau. Das sind meine Hobbys. Warum ist mit ihm mehr Ruhe eingekehrt? Weil er macht das ja nicht, ne? Er ist ja nicht und hat den Rucksack aufgemacht und hat es mitgebracht. Genau. Er ist jemand, um jetzt mal so meinen Partner ein bisschen wertzuschätzen, er ist jemand, der mich akzeptiert, komplett so wie ich bin und das überhaupt gar nicht infrage stellt. Also, das ist tatsächlich etwas, wo ich einfach zur Ruhe kommen konnte dann auch. Und somit, glaube ich, das hat der Körper gespürt, das ist ein Stress, der abgefallen ist, ein innerlicher. Weil du nicht mehr um Anerkennung kämpfen musstest. Genau. Richtig. Und somit geht das dann mit allem einher. Also, wenn dann auch der Zyklus regelmäßig kommt und dann habe ich mich natürlich mit dem auch beschäftigt, wie ist das eigentlich, wenn man die Pille nimmt oder nicht. Ist das ja zum Beispiel auch nicht der Fall. Das war dann auch für meinen Freund ein riesen neues Lernfeld, wenn man davor Partner hat oder Partnerin hat, die einfach die Pille nehmen oder Hormone zu sich nehmen. Ist natürlich der Zyklus nicht so natürlich, wie wenn man keine nimmt. Und einfach da die Akzeptanz zu lernen, sich dem hinzugeben. Also einfach die Hingabe. Und das tatsächlich hat viel Vertrauen gebraucht. Also dieses tiefe Urvertrauen zu stärken macht auf jeden Fall Sinn. Viele bekommen das im Babyalter nicht mit, wo ich glaube, dass das der wichtigste Zeitpunkt ist, weil es dann eben mehr und mehr Zeit braucht, das zu stärken und aufzunehmen. Ich muss jetzt auch lachen, aber einfach die Hingabe. Genau. Ja, ist nicht einfach. Na, auf der anderen Seite schon. Wenn man einmal da ist, ist das das Einfachste, was es gibt. Aber wenn man da nicht ist, wirkt das lange unerreichbar. Ja, genau. Aber es ist möglich und dann ist es unglaublich schön und entlastend und befreiend. Und das tatsächlich habe ich gelernt mit der Sichtweise auf die Dinge nach den Bedürfnissen zu schauen, anstatt richtig oder falsch zu denken. Also zu schauen, okay, durch Meditation, durch Bewusstseinsarbeit oder Achtsamkeitstechniken wie Yoga und so weiter, zu schauen, okay, warum mache ich das jetzt? Was erfülle ich mir damit? Und das ist eines der wichtigsten Tools, also eine der wichtigsten Fragestellungen für mich heute. Du hast ja auch eine Ausbildung oder eine Fortbildung in gewaltfreier Kommunikation, ne? Genau. Ihr Lieben, wenn euch das Feld interessiert, da kann man nämlich auch ganz hervorragend mit schönen methodischen Schritten relativ strukturiert aufgebaut lernen, zu unterscheiden, was ist denn jetzt das Bedürfnis, was ist eine Gefühlswahrnehmung, was ist eine Beobachtung, ein Gedanke. Also unabhängig davon, ob man dann gewaltfreie Kommunikation anwendet oder nicht, finde ich das ein mega Werkzeug, um da näher ranzukommen für sich selber. Definitiv. Also für mich heute eines der wichtigsten. Ja. Ich muss noch einen kurzen Satz dazwischen schieben, gar nicht zu dir, sondern wieder an euch, ihr Lieben. Falls jetzt die ein oder andere auf den Prinzen wartet, der dann die Anerkennung mitbringt, du lachst schon an der richtigen Stelle, so einfach ist es nicht. Es gibt nämlich schon oft Menschen, die geneigt sind, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Die Kunst ist es dann auch anzunehmen und stehen zu lassen. Also dieses Geschenk anzunehmen und das ist die eigene Arbeit. Ja. Das geht leider nicht so einfach, dass das irgendjemand auf dem Silbertablett mitbringt und dann läuft alles. Das sind schon Sachen, die hast auch du dir erarbeitet, ne? Ja, also es ist natürlich auch nicht immer alles rosarot. Also wir waren beide auch schon in ein paar Therapie oder Therapieberatungen, wie auch immer man das nennt. Und das ist einfach wichtig, dass man da immer wieder gegenseitig sich wertschätzt, auch dadurch, dass die Beziehung das wert ist. Und genau. Also das ist für mich heute so ein Schlüssel, einfach die Bewusstseinsarbeit dahingehend, was mache ich gerade und warum mache ich das? Und was erfülle ich mir damit? Und dadurch bemerke ich früher, wann ich aus dem Gleichgewicht gerate. Weil es ist normal und ganz natürlich, dass man immer wieder in meine Imbalance kommt. So ist das Leben. Mal ist es cool, mal ist es schön, mal ist es aufregend, fantastisch, manchmal ist es scheiße. Also das ist ganz normal und die frühere Wahrnehmung von dessen ist heute meine Technik tatsächlich, früher wieder in Balance zu kommen und gar nicht mehr in diese Extreme wie, ja, es überessen oder Essanfall zu bekommen oder sowas. Esstörungen sind ja oder gehören ja mit zu dem Bereich der Süchte. Und ich kenne echt viele, die sind da raus, die haben keine Esstörung mehr und trotzdem ist es wie bei so einem trockenen Alkoholiker, die Versuchung kommt, wenn es schwierig wird in stressigen Lebenslagen. Wie ist denn das bei dir? Also ist dieser Gedanke, diese Versuchung, sich nach dem Essen zu übergeben, noch eine Option? Heute gar nicht mehr tatsächlich. Also überhaupt nicht mehr. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt wäre so ein Moment, wo ich es wahrscheinlich früher gemacht hätte. Und dann überlege ich, okay, wo in meinem Körper ist dieses Gefühl gerade, das mich so aufbringen lässt. Also wo kann ich es orten? Meistens ist es irgendwo im Herzraum. Und dann brodelt es und brodelt es. Und dann verlagerst du, ne? Baust du den Druck nicht ab durch übergeben? Genau. Weil dann ist ja auch erst mal was raus, sondern beschäftigst dich auf einer anderen Ebene damit. Richtig, ja. Seht ihr, ihr Lieben, es geht. Man kann da rauskommen, es dauert halt und es braucht eine gewisse Konsequenz im Dranbleiben. Ja. Aber es geht. Und das Schöne ist, man kann immer noch Sport treiben und immer noch Ashtanga-Yoga üben. Und allen Interessen, die man ja nicht macht, nur wegen dieser Körpernähe oder so, sondern einfach, weil es einem auch Spaß macht, weil es einem Freude bringt und ein gutes Körpergefühl einfach bringt, wenn man sich bewegt, ist möglich. Natürlich, gleichzeitig ist es auch möglich, sich nicht, also diese Technik nicht als Feind oder als gegen den Körper zu nutzen. Genau. Wie du es so schön gesagt hast, im Team mit dem Körper macht, dann schadet ja ein bisschen Wettkampf auch nicht. Genau. Mit sich selber, aber halt im Einklang. Ja. Mal gucken, ob dein Spatz noch ein bisschen durchhält. Also ich bin echt gespannt, ob man das hinterher dann hört. Es ist so zuckersüß, diese Seufze ab und zu. Pennt hier in der Trage. Schön, dass wir es jetzt mal aufgenommen haben, weil wir haben es noch nie aufgenommen, weil natürlich, man erwischt diese Kirche immer nicht. Ich weiß nicht, ob man es hört. Na gut, wenn er noch ein bisschen durchhält, der Spatz. Lass mich mal das Thema Weiblichkeit noch mit in den Raum schmeißen, weil wenn du sagst, bei dir ging es los so mit 14, wo eben gerade die erste Periode kam, die Rundungen zumindest vorhergesagt wurden und so. Punkt, Punkt, Punkt. Mal gucken, was du damit machst jetzt. Punkt, 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 Punkt. Und unabhängig von den Personen stattgefunden hat, die mir das gegeben haben. Und das war für mich ein Schlüssel für die Weiblichkeit, weil ich dadurch mich öffnen traute. Also ich war dann auch noch in Kursen, die rein Frauen, also weil ich das wollte, dass da nur Frauen waren und man einfach da gelernt hat, mit den Geschlechtsorganen zu kommunizieren. Was brauchen die? Ja, ganz oft, ich erinnere mich, oder ganz oft sind Frauen einfach auch in dem Alter, wo sie studieren oder so, sehr dazu geneigt, Anerkennung durch Sexualität von Männern zu bekommen. Hatte ich gestern ein Gespräch mit einer bildhübschen, jungen, sehr erfolgreichen Frau, die gesagt hat, also ihre Erfahrung hat sie gelehrt, Nähe bekommt sie nur über sechs. Ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Und Anerkennung, genau. Und die Anerkennung, schön zu sein, emotionale Nähe, meinte sie. Ja, und dann eben zu bemerken, okay, mein Körper will das echt gar nicht. Also bewusst, wenn ich mir mal drüber werde, dann will meine Vagina das nicht. Dass da irgendjemand reingeht, der irgendwie Stress erbauen möchte. Ja, richtig. Druck ablässt. Und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung im Kreis von lauter Frauen, die auch ganz viel unterschiedliche abgefahrene Erfahrungen erlebt haben. Und dann habe ich eben Verantwortung über mich übernommen. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, einfach Verantwortung zu lernen, über sich selbst zu nehmen. Und das kann man nicht wissen, wenn man es nicht erlebt. Also ich meine damit, man kann nicht sagen, übernimm Verantwortung über dich und dann weiß der Mensch, was er zu tun hat. Das ist ja das Problem. Und ich habe dann einfach erlebt, okay, wie kann ich das lernen und habe dann immer wieder einen Dialog mit meinem Körper geführt. Heißt konkret, falls es für euch zu abstrakt ist, Ja zu sagen, wenn der Körper ein Ja signalisiert, Nein zu sagen, wenn es ein Nein ist, zu essen, wenn man Hunger hat, sich zurückzuziehen, wenn man Ruhe braucht, sich zu bewegen, wenn dem Körper nach Bewegung ist und so weiter. Ja, zum Beispiel. Ja, und eben dann konkret in dem Beispiel mit Sexualität, mit Männern einfach das zu respektieren, wenn der Körper Nein sagt und auch zu respektieren, okay, mein Geist sagt was anders, weil die Strategie ist da und die Überzeugung, der Glaubenssatz, der lebt ja, der hat ja auch eine Berechtigung. Das hat vielleicht mal so funktioniert. Und dann zu merken, okay, aber es ist gerade die falsche Strategie. Jetzt mit dem nach Hause zu gehen oder was auch immer, ist die falsche Strategie, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das braucht halt Übung und Wahrnehmung. Und Mut. Und Mut, sehr viel Mut. Weil die ganzen Ängste aus den Erfahrungen heraus, die werden ja erst mal deutlicher. Ja, richtig. Wenn man anfängt zu arbeiten, die gehen nicht weg, sondern die melden sich erst mal so richtig laut. Und dann zu lernen, ich bin aber nicht meine Angst, braucht Mut. Mut und Geduld und die Aussicht, dass es sich lohnt. Und auch Menschen, die einen da begleiten. Also da mutig zu bleiben, dabei zu bleiben und sich Kreise zu suchen, wo das auch geliebt wird, wo diese Offenheit angesprochen wird, geliebt wird. Sehr hilfreich, sehr wichtig. Bevor ihr jetzt abgeschreckt seid, dass das jetzt zu heilig klingt, das kann meistens auch unheimlich witzig sein. Ja, sehr. Solche Kurse oder Seminare, solche Kreise sind oft auch echt albern, um so die eigenen Unsicherheiten abzubauen. Definitiv. Sehr vertraut. Ich möchte ihm ein bisschen vorbeugen, dass man denkt, oh, es ist alles so anstrengende Arbeit. So ernst. Ja, ist es manchmal. Ist es auch logisch. Es ist manchmal scheiße anstrengend, aber es ist auch total witzig und spannend und man lernt so viel über sich selber. Und so den Weg, den du jetzt gerade beschreibst, er macht halt freier. Es ist so viel selbstbestimmter. Der macht so viel freier und führt einen eigentlich dazu, dass man das macht, was man eigentlich will. Genau. Gib mir mal noch eine Vorschau. Jetzt bist du 32, hast gesagt, zumindest das Brechen ist überhaupt kein Thema mehr. Ja. Wenn du dir wünschen kannst, so hier, schnippst. Wenn ich mir wünschen kann. Wo möchtest du denn hin? Wo ich hin möchte? In dem Thema. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin, auf jeden Fall möchte ich weiterhin bewusst bleiben oder zumindest das noch besser werden, weil mir gelingt es nicht immer. Das ist auch ganz klar. Also oft noch nicht tatsächlich, sehr oft. Aber ich kann es zumindest beobachten. Ja, und auf den Bezug auf meine Arbeit einfach dann noch mehr Erfahrung sammeln zu dürfen, dass die Menschen weiterhin zu mir kommen und das genießen, die Arbeit. Und mein Wunsch ist tatsächlich, durch diese Erfahrungen andere auch selbstverantwortlich zu, also unterstützend in die Selbstverantwortung zu kommen. Und das ist meine Arbeit eigentlich und das ist das, was ich gerne mache und wo ich mich auch sehe und was gern noch mehr werden darf. Habe ich es euch schon empfohlen? Also, genau. Ja. Ich spitze mal kurz auf die Uhr, ein paar Minuten hätten wir noch. Wir hatten jetzt die Schwangerschaft, das alles verändert, erschwert, verbessert? Fragezeichen. Also die Schwangerschaft war. Und auch jetzt die Stillerei und weniger Schlafen, weil jetzt hast du vielleicht manchmal ein Bedürfnis und kannst es aber nicht umsetzen, weil da halt noch jemand ist. Genau. Die Schwangerschaft war ein großer Lehrer für mich. Also, ich habe gelernt, wieder mal außerhalb meiner Box zu schauen, also Übungen abzuändern, anzupassen. Yoga-Übungen. Yoga-Übungen zum Beispiel. Dann eben auch mich hinzugeben, wenn ich schlafen musste und ein vermehrtes Schlafbedürfnis hatte, das genießen zu können, anstatt zu denken, schlafen heißt faul sein. Auch ein Glaubenssatz übrigens. Schlafen ist eine Zeitverschwendung. Und heute denke ich mir, nein, das ist das Beste, was es gibt. Genau. Und dahingehend hat es sehr viel verändert, auch mein Körper. Das war sehr schön, weil ich habe total meinem Körper vertraut. Ich hatte einen Fehlgeburtabgang, bevor jetzt mein Sohn kam und das war tatsächlich ein Schlüsselmoment, nachdem du auch vorher gefragt hast, der mir gezeigt hat, ich kann mich komplett auf meinen Körper verlassen. Inwiefern? Insofern, dass mein Körper genau wusste, was zu tun ist. Also ich musste nicht in die Klinik, keine Ausschabung, es war alles total natürlich. Es war ein zehnstündiger Abgang, der mich sehr viel Kraft kostet, aber mich auch auf die Geburt vorbereitet hat und mir gezeigt hat, dass die Natur das schon riegelt. Das ist total spannend, dass du ausgerechnet einen Abgang, eine Fehlgeburt nutzt, um das Vertrauen in dich und deinen Körper zu stärken, weil ganz oft ist es genau ja… Ja, das Gegenteil. Ja, so mein Körper kann keine Schwangerschaft halten, habe ich schon unzählige Male gehört. Ja, aber zu sagen, mein Körper merkt selber, wenn was nicht so richtig stimmt, wie es angedacht ist. Das war ein absolutes Schlüsselerlebnis und dann auch im Nachgang wichtig für mich, okay, mit meinem Partner sind noch ein, zwei Sachen zu klären. Wir müssen da nochmal hinschauen und diese Zeit nutze ich jetzt, bevor ich, oder bevor wir uns entscheiden, ein Kind zu bekommen. Das war für mich einfach ein Zeichen, tatsächlich. Und jetzt ist mein Körper nicht so wieder vor und es ist mir irgendwie total egal. Nicht total, also das wäre gelogen. Ich habe natürlich wieder voll Lust auf Bewegung und mich auszutoben und an meine Grenzen zu gehen, weil nach der Geburt weiß ich, wo meine Grenze liegt. Ich sehe nur kurz, wie alt der Spatz ist. Der ist jetzt drei Monate. Ja, genau. Ein Frischling noch. Und ja, und das Schöne ist, mein Partner und ich, wir teilen uns die Zeit sehr gut auf. Das heißt, wir schenken uns die Zeit auch, dass jeder für sich Sport machen kann zum Beispiel oder dass ich Yoga üben kann oder meditieren oder genau. Also das ist mir wichtig, weil ich eben weiß, das füllt meine Batterien auf und dann kann ich es auch einfordern oder äußern und eher genauso. Das klingt so einfach. Ja, war harte Arbeit. Das heißt jetzt, wenn du Schlafbedürfnis hast und der kleine Mann lässt es nicht zu, geht das trotzdem ganz gut zu handeln, weil er euch abwechseln kann. Weil wir uns, also natürlich, er arbeitet jetzt wieder und es geht nicht immer und zu jeder Zeit. Wir teilen uns aber die Nächte und das ist sehr viel wert. Und eine Frau im Körper, also ich glaube auch mit den Hormonen, der macht das einfach auch. Also es ist schon ziemlich anstrengend. Ich heult auch manchmal in der Früh, wenn ich aufstehe und einfach verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, wie ich den Tag überstehe und dann geht es auch. Also dann geht halt was anderes nicht und es ist aber okay. Also es stresst mich nicht mehr. Das ist echt sehr angenehm. Dafür lohnt es sich, ihr Lieben. All die Arbeit, dafür lohnt es sich. Es ist so viel friedlicher. Ja, definitiv. Schön. Möchtest du noch was mitgeben, was wir noch nicht angesprochen haben? Ist dir noch was wichtig? Ein Tipp, den ich jedem geben kann, der ihn hören will, ich kann euch jetzt nicht persönlich fragen, ob ihr einen Tipp wollt, legt euch ein Arbeitsbuch zu, schreibt Dinge auf. Es muss kein Tagebuch sein, weil oftmals schafft man nicht, jeden Tag zu schreiben. Wo ihr euch so ausdrücken könnt, wie das für euch passt, kann natürlich ja digital sein und schreibt auf, wie sich Gefühle äußern im Körper, kriegt ein bisschen Gespür für euch und tut was für euch, was euch gut tut. Genau. Achtet auf euch selber und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Man ist deshalb nicht egoistisch. Oh, oder zu einem sehr gesunden Maß, egoistisch. Genau. Ach, schön. Ich wollte jetzt noch ergänzen und lasst euch gut gerne zu Weihnachten schenken, aber deine Folge erscheint erst danach. Oh nein. Verrät's doch nochmal kurz, wo wir dich finden. Du hast gesagt mit Magda, mit unterstrich Magda, ne? Mit bindestrich Magda.com, das ist meine Homepage und auf Facebook, Instagram mit Magda einfach, dann komme ich schon. Also denke ich mal. Und was kann man bei dir alles machen? Du kannst bei mir eine Thai-Massage buchen, die dich da abholt, hoffentlich, wo du stehst und natürlich deine eigene Yoga-Praxis aufbauen, die du auch für dich daheim üben kannst ohne Lehre. Und ja, einfach für deine Bedürfnisse abgestimmt. Genau. Machst du auch noch oder wieder online? Online derzeit nicht. Also ich fange wieder im Januar an zu unterrichten und Massagen zu geben und Workshops für Paare, also Massage-Workshops auch wiederkommen und so weiter und so fort. Und eben auch Körperarbeit, das ist ein Begriff, mit dem viele nichts anfangen können. Ich biete quasi an, mich mit dir zu treffen und über Massage-Techniken herauszufinden, wo welche Themen in deinem Körper sitzen und die mit dir zu besprechen, was das mit dir macht und so weiter. Und was du tun kannst, genau. Man ist im Übrigen angezogen bei Magdors-Massagen. Also wenn ihr jetzt Kopfkino kriegt, gewisse Sachen sind für euch nicht möglich. Nein, es findet im angezogenen Zustand statt, genau. Und es ist mega spannend, weil komplett anders als so die üblichen Massagen, wo man sich hinlegt und bedienen lässt. Es ist sehr viel Kommunikation zwischen dir und Körper. Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall Kommunikation. Als ich das das erste Mal bei dir gemacht habe, ich hatte die Augen geschlossen, ich habe gedacht, die Frau hat mindestens zehn Arme und fünf Beine abgefahren, mit was du da so werkelst. Körper, mit dem Körper, genau. Also total spannend. Ja, ich bin immer wieder beeindruckt von allen Menschen, die kommen, einfach sich auch so zu öffnen und sich da hinzugeben und mir zu vertrauen. Das ist für mich eine sehr schöne, also größte Wertschätzung heute eigentlich. Du machst es einem aber auch echt leicht. Deine Folge erscheint sehr wahrscheinlich erst im Januar. Aufnehmen tun wir jetzt im November. Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr es hören könnt, steht euch wahrscheinlich schon wieder ganz viel Angebot zur Verfügung. Ja. Ja gut, ihr Lieben, hier seufzt auch und schnieft. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Timing. Perfekt. Dann hören wir für jetzt erst mal auf. Vielen Dank für deine, eure Zeit. Vielen Dank, kleiner Mann, fürs Schlafen zum richtigen Timing. Ja, und ihr Lieben, wie immer, wenn ihr Fragen habt, Feedback, Wünsche, Anregungen, euren Senf dazu geben wollt, könnt ihr das machen, entweder direkt bei dir, ich verlinke, oder wie immer bei den Profilen der Mutmachgespräche bei Instagram oder Facebook. Habt eine schöne Zeit, ihr Lieben, dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin schon gespannt, was sich Sophie so raussucht aus deinem Gespräch. Wir könnten in so viele Richtungen gehen. Vielen Dank dir. Danke dir. Und für euch. Bis bald, ihr Lieben. Ahoi. Ciao. 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 Ciao.